Willkommen auf der EWR Crowd. Hier werden Projekte aus dem EWR-Gebiet gefördert. Fast alles ist möglich. Vom Klettergerüst für den Kindergarten bis zur Renovierung des Vereinsheims. In wenigen Wochen kannst du genug Geld von vielen verschiedenen Menschen und Unternehmen für dein Wunschprojekt einsammeln. Und so funktioniert's. Klicke auf Projekt starten und erstelle in wenigen Schritten deine eigene Projektseite. Auf deiner Projektseite beschreibst du deine Idee mit Texten, Bildern oder einem Video. Und du legst fest, wie viel Geld du für dein Projekt einsammeln willst. Das benötigte Geld sammelst du über Spenden ein und über selbst ausgedachte Prämien. Als Prämien kannst du zum Beispiel ein selbst gemaltes Bild für 20 Euro oder Eventkarten für 40 Euro anbieten. Bei all dem hilft dir von Anfang an ein Crowdfunding-Coach, der dich unterstützt und dafür sorgt, dass du dein Ziel erreichst. Auf der EWR Crowd bist du also nie auf dich alleine gestellt. Wenn alles startklar ist, wird deine Projektseite veröffentlicht. Je mehr Leute jetzt von deinem Projekt erfahren, desto mehr Geld wirst du einsammeln. In durchschnittlich drei Wochen ist das benötigte Geld meist bereits zusammengekommen. Zusätzlich bekommt dein Projekt Geld aus dem Fördertop von EWR. Starte und verwirkliche jetzt dein Projekt auf der EWR Crowd. Eine Förderinitiative der EWR AG.